Willkommen auf der Empore von St. Franziskus hier in Untergiesing. Mein Name ist Antoine Waas. Ich leite hier den Chor und spiele auch Orgel. Ich darf Ihnen heute diese Van den Heuvel-Orgel vorstellen. Sie ist im symphonischen Stil der französischen Romantik gehalten. Deswegen, das Werk, das ich ausgesucht habe, ist von Charles-Marie Vidor, das Finale aus der Sinfonie Op. 13 Nr. 2. Viel Vermögen! Untertitelung des ZDF, 2020 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 Amen. 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 Amen.